Ganz Deutschland wird von Flüchtlingen überrannt. Ganz Deutschland nein. Ein kleines Dorf im Nordwesten der Republik leistet Widerstand und gründet eine Bürgerwehr. So oder so ähnlich sehen sich die Gründer und Betreiber der Facebook-Seite Bürgerwehr Aschendorf sicherlich selbst. Weil der Staat es nicht mehr schafft, die Sicherheit für die Bürger, die deutschen Bürger wohlgemerkt, zu garantieren, nimmt man diese Sache eben einfach selbst in die Hand und greift zu Pfefferspray-Teleskopstangen und Schreckschusspistolen. Wir alle können nur hoffen, dass dieses Vorhaben einiger verblendeter Heimatschützer nicht umgesetzt wird. Wer sich ein paar Minuten Zeit nimmt und einmal genau betrachtet, wer diese Facebook-Seite ins Leben gerufen hat und welche politische Agenda dahinter steckt, der erkennt schnell, es geht hier weder um Sicherheit für die Bürger in Aschendorf, es geht erst recht nicht um Nachbarschafts- oder Bürgerhilfe, es geht hier auch nicht um das Ehrenamt. Es geht um Vorurteile, Fremdenfeindlichkeit und Hass. So simpel ist das. Die Betreiber der Bürgerwehrseite haben ein geschlossenes Welt- und Feindbild. Ab dem 19. Januar ist in Aschendorf nichts mehr, wie es einmal war. Der vergewaltigende und mordende Flüchtlingsmob wird den Ort stürmen. Wir müssen uns schützen und bewaffnen. Das liest man zwischen den Zeilen. Mittlerweile dürfte klar sein, dass diese Facebook-Seite nicht von Aschendorfern selbst, sondern von NPD- oder Pegida-Ablegern aus anderen Teilen der Republik gegründet wurde, um den Start der Notunterkunft für Flüchtlinge in den Adohallen als Plattform für Rassismus und Hass zu missbrauchen. Das muss man klar so benennen. Erschreckend ist dabei allerdings, dass diese platte Propagandaseite bereits mehr als 500 Gefällt-mir-Angaben erhalten hat. Ob diese Likes wirklich alle aus Aschendorf kommen, darf aber bezweifelt werden. Sicherlich sind auch viele darunter, die Fremde grundsätzlich ablehnen und aus ganz anderen Teilen Deutschlands kommen. Dennoch, es muss jedem klar sein, wer einen Like bei Bürgerwehr Aschendorf setzt, der verabschiedet sich von dem Konsens, den unsere Stadt stark gemacht hat. Papenburg ist als Seefahrerstadt und als Zentrum des europäischen Kreuzfahrtschiffbaus eine internationale Stadt und wird es auch bleiben. Fremde Menschen, egal ob Flüchtlinge oder nicht, mit offenen Armen und offenen Herzen zu empfangen, ist einer der Gründe, warum Papenburg eine niedrige Arbeitslosigkeit, hohe Lebensqualität und ein großes bürgerschaftliches Engagement hat. Die Bürger dieser Stadt wissen, dass man am Ende immer davon profitiert, wenn neue Menschen diesen Ort mit voranbringen. Trotz aller Ängste und Sorgen, gerade nach der Silvesternacht in Köln, es werden in der kommenden Woche einige hundert Menschen nach Aschendorf kommen. Diese sind in erster Linie das. Menschen. Nicht Diebe, nicht Vergewaltiger, nicht Mörder. Wir sind alle in der Pflicht, diesen Menschen eine Chance zu geben, statt als Bürgerwehr aufzumarschieren. Und das muss auch klar sein. Wer seinen Like bei der Bürgerwehr Aschendorf setzt, der erreicht eben nicht mehr Sicherheit für den Ort. Der erreicht stattdessen, dass sich Vorurteile, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus offen zeigen können. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir alle wollen, nämlich in Frieden, mit Akzeptanz und Respekt, mit allen Menschen zusammen leben.